Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffentlicht hatte, da lag ihm eine Kirchenspaltung fern. Das war gar nicht sein Plan und er ahnte noch gar nicht, welche Entwicklung die kommenden Jahre nehmen sollten. Ihm lag es auch fern, den Papst in seiner Autorität zu kritisieren. In den 95 Thesen heißt es explizit, dass er den Papst in seiner Autorität gar nicht schmälern möchte oder diese Autorität bestreitet. Um was es Luther ging? Das war der Ablasshandel. Seine 95 Thesen heißen auch die 95 Thesen über den Ablasshandel und genau das war das Anliegen von Martin Luther. Denn er hatte in Wittenberg und Umgebung gesehen, wie der Ablasshandel seinerzeit abgelaufen ist und das störte ihn und daran übte er heftige Kritik. Und diese Kritik ist in den 95 Thesen Luthers festgehalten. Wir wollen uns mal in diesem Video und in zwei weiteren Teilen die Geschichte des Ablasses anschauen, um auch zu verstehen, was die Kritik eigentlich von Martin Luther an diesem Ablass gewesen ist. Und ich will dazu, das hatte ich eben erwähnt, drei Teile machen. Und ihr seht hier auf dieser Folie die Themen der einzelnen Teile. Und zwar soll es in diesem Video um die Entstehung des Ablasses im Mittelalter gehen. Dieser Ablass war nämlich nichts, was es schon in der frühen Kirche gegeben hatte. Das war nämlich etwas, was erst im Laufe der Jahrhunderte entstanden ist. Und zwar so etwa im 11. Jahrhundert beginnt das mit dem Ablass. Im zweiten Teil soll es um die Herausbildung der Ablasstheorie gehen. Diese Herausbildung fand auch im Mittelalter statt, vor allen Dingen im 13. Jahrhundert, beispielsweise durch den heiligen Thomas von Aquin. Denn der Ablass entstand zwar im 11. Jahrhundert. Er hatte aber zunächst die Schwäche, dass er theologisch noch gar nicht legitimiert war. Es gab eigentlich keine theologische Basis. Es gab nur Grundideen, wie man ihn legitimieren könnte oder auf welche Basis man ihn stellt. Das Problem war aber, es gab keine eigentlich an sich geschlossene und in sich geschlossene Theorie. Diese wurde dann also erst im 13. Jahrhundert herausgearbeitet. Da gab man dem Ganzen eine theologische Basis. Und im dritten Teil soll es dann um die Kritik am Ablass gehen. Und zwar gab es Kritik schon im Mittelalter. Und diese Kritik zog sich dann über die Jahrhunderte hinweg. Und sie fand, wenn man so will, in Martin Luther ihren Höhepunkt. Und wir wollen uns also anschauen, welche Kritik es am Ablass eigentlich gegeben hat. Und an dieser Stelle sei erwähnt, wer jetzt zum Beispiel schon zum zweiten Teil oder zum dritten Teil gehen möchte, der kann ja mal unten in die Beschreibung schauen. Dort sind die entsprechenden Verlinkungen angegeben zu den anderen Teilen. Ihr könnt aber auch die Infokarte zu diesem Video benutzen. Jetzt steigen wir aber in das Thema dieses Videos ein. Wir wollen mal schauen, wie der Ablass im Mittelalter entstanden ist. Und um zu verstehen, was überhaupt ein Ablass ist, ist es meines Erachtens sehr sinnvoll einmal zu schauen, was überhaupt Sünde und Schuld im Mittelalter waren. Wie hat man sich das denn vorgestellt? Was ist denn Sünde und was ist dann Schuld und wieso braucht man dann einen Ablass? Oder wie kommt es dann eigentlich dazu, dass man einen Ablass entwickelt? Nun, was wir auf dieser Folie sehen, die ja offensichtlich unvollständig ist, ist einmal der Mensch und dann diese drei Optionen, grün, gelb und rot. Grün, das ist das ewige Leben, das Himmelreich, das ist ja das Ziel eines jeden Christen. Da will man hin. Man kann auch umschreibend sagen, das ist das Paradies. Und in das Himmelreich will also der glaubende Mensch. Dann gibt es aber noch diese gelbe Stufe hier, das Fegefeuer. Da kommen die Menschen auch hin, aber es ist ein Umweg zum Himmelreich. Also das Fegefeuer ist nur eine Übergangsstufe und zwar nach oben zum Himmel. Es gibt dann aber noch eine dritte Option, das ist die Hölle oder die ewige Verdammnis. Da gibt es dann keinen Aufstieg mehr zum Fegefeuer oder zum Himmelreich. Da ist man also ewiglich verdammt, wie es eben der Name ewige Verdammnis auch sagt. So, jetzt wollen wir aber mal schauen, was Sünde und Schuld damit zu tun haben und wie der Mensch also hier in die einzelnen Kategorien kommen kann. Der Mensch ist von Natur aus ein Sünder. Das fängt schon mit der Erbsünde an, der sogenannten Sünde von Adam. Diese Erbsünde wird dem Menschen in der Taufe erlassen. Dadurch wird er rein und ist erst einmal ohne Sünde. Aber der Mensch ist trotzdem ein Sünder, auch wenn ihm die Erbsünde erlassen wird durch die Taufe. Er sündigt immer und immer wieder in seinem Leben. Mal weniger schlimm, mal mehr schlimm. Es gibt ja verschiedene Abstufungen innerhalb der Sünden. Es gibt beispielsweise Todsünden und dann gibt es lästliche Sünden. Indem der Mensch Sünden begeht, wendet er sich im Grunde von Gott ab. Er lädt Schuld auf sich. Man kann nämlich Sünde definieren als Abkehr von Gott. Man macht etwas, was nicht im Sinne Gottes ist, was Gott nicht gefällt und deshalb lädt man Schuld auf sich. Das ist die sogenannte Schuld vor Gott oder lateinisch Reatus Culpei. Der Mensch, der also eine Sünde begeht, begeht eine Schuld oder lädt eine Schuld auf sich, die Schuld vor Gott. Und wenn der Mensch diese Schuld nicht tilgt, dann führt sein Weg in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Denn diese Schuld vor Gott muss getilgt sein, um mindestens ins Fegefeuer und damit ins Himmelreich gelangen zu können. Jetzt hat der Mensch von sich aus die Möglichkeit, eine Sünde zu tilgen. Das geht und zwar ist der erste Schritt die Reue. Wenn jemand sein Verhalten als sündhaft erkennt und es bereut, dann ist diese Schuld vor Gott vergeben. Allein durch die Reue. Indem der Mensch erkennt, dass er einen Fehler begangen hat, indem er ein Fehlverhalten begangen hat und das erkennt und reuig ist, wird ihm die Schuld von Gott vor Gott vergeben. Allerdings hat Sünde jetzt noch eine zweite Dimension. Denn wenn man einmal überlegt, Mensch, Sünde, Reue und zum Beispiel an die katholisch-kirchliche Praxis denkt, dann weiß man ja, es gibt ja auch das Bußsakrament. Beichte plus Buße ist gleich Bußsakrament und wenn hier schon alles vorbei wäre, wenn die Schuld vor Gott allein durch die Reue vergeben wird und die Sünde keine weiteren Folgen hat, dann ist die Frage, warum braucht man dann noch eine Beichte und warum ist eine Buße nötig? Nun, und warum Beichte und Buße nötig sind, erklärt sich, wenn man nämlich mal überlegt, was für eine Dimension die Sünde noch hatte und noch hat. Und zwar gibt es nämlich noch eine zweite Dimension, das ist die zeitliche Strafe. Eine Sünde ist eine Schuld vor Gott und sie zieht eine zeitliche Strafe nach sich. Das ist der sogenannte Reatus Poinai oder dann im mittellateinischen Reatus Pönä. Diese zeitliche Strafe besteht auch nach der Reue und nach der Vergebung der Schuld vor Gott von Gott. Und demzufolge muss es jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit geben, diese zeitliche Strafe zu tilgen, diese Strafe also zu erfüllen, indem man sie aufnimmt und dann tilgt. Und das geschieht durch Beichte und Buße. Man beichtet seine Sünde, man bekommt eine Buße auferlegt und diese Bußleistung tilgt dann die zeitliche Strafe. So könnte man das in einem Schaubild zeigen. Jetzt ist es allerdings so, diese Bußleistungen, das waren ganz verschiedene Dinge, zum Beispiel Fasttage oder Psalmenbeten, diese zeitlichen Strafen, diese Bußleistungen, die dann auferlegt worden sind, haben wiederum an sich auch zwei Dimensionen. Und zwar konnte man diese Bußleistungen im Diesseits vollbringen. Das heißt, wenn man zum Beispiel 15 Bußtage vollführen muss, dann konnte man also 15 Bußtage auch machen. Dann hatte man diese zeitliche Strafe getilgt durch die Buße. Es war aber auch so, dass zum Beispiel diese Buße nicht erbracht worden ist oder nur unvollständig erbracht worden ist. Also wenn von diesen 15 Bußtagen 10 erbracht worden sind, bleiben ja 5 noch übrig. Und wenn der Mensch dann stirbt, dann hat er ja immer noch 5 Fasttage, die er nicht vollführt hat. Und deswegen gibt es das Fegefeuer. Denn wenn jetzt noch etwas von der zeitlichen Strafe übrig ist, dann gelangt der Mensch nicht direkt ins Himmelreich, sondern er gelangt ins Fegefeuer, wo er dann den Rest dieser zeitlichen Strafe absitzt, und danach gelangt er ins Himmelreich. Also erst der gelbe Pfeil, dann der nach oben zeigende grüne Pfeil. Ist es so, dass der Mensch seine gesamte Bußleistung diesseits erbracht hat, dann gelangt er nach seinem Tod direkt ins Himmelreich und hat damit das ewige Leben erzielt und erlangt. So, und jetzt nähern wir uns dem Ablass an. Denn diese Buße und die Bußleistungen führten dann letztendlich zur Herausbildung des Ablasshandels. Zunächst war es so, dass diese Bußleistung bzw. diese Buße öffentlich war. Das bedeutete zum Beispiel auch, dass man erst wieder in die Kirche aufgenommen worden ist, wenn man seine Buße auch wirklich vollbracht hatte. Das war das, was ursprünglich in der Kirche gehandhabt worden ist, was damals gang und gäbe war. Das bedeutet also ohne Buße auch keine Kommunion. Das heißt kein Leib Christi, kein Blut Christi. Man musste erst die Bußleistung vollständig erbracht haben, dann wurde man in die Gemeinschaft der Kirche und in die Gemeinschaft der Glaubenden wieder aufgenommen und man konnte den Leib Christi und das Blut Christi erhalten. Allerdings war es so, dass der Einfluss der iroschottischen Mönche dazu geführt hat, dass diese öffentliche Buße zur privaten Buße geworden ist. Und bei dieser privaten Buße, bestehend aus Beichte und Bußleistung, war es dann so, dass man bereits nach vollbracht der Beichte wieder in die Gemeinschaft der Kirche zugelassen worden ist und losgesprochen worden ist von diesem Ausschluss von der Kirche. Das bedeutet also, nach vollbracht der Beichte konnte man wieder zur Kommunion gehen, man konnte Leib Christi und Blut Christi erhalten, die Bußleistung wurde dann auferlegt, wurde dann allerdings nachträglich erbracht, oder konnte nachträglich erbracht werden. Man konnte also wieder die Kommunion empfangen, musste aber noch Bußen erbringen. Und diese Bußen waren zunächst einmal ganz klar geregelt. Es gab nämlich Bußbücher, die sogenannten Libri Poinentiales, und da stand dann drin, für welche Sünde welche Bußleistung zu erbringen ist. Wie gesagt, das konnten Fasttage sein, das konnten Psalme sein oder Gebete sein, die man eben verrichten sollte. Und im Laufe der Zeit war es dann so, dass es sogenannte Äquivalent-Bußleistungen gab. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Fasttag auferlegt bekommen hatte, dann konnte man ihn ersetzen durch 50 Psalme, die man gesungen bzw. gebetet hat. Also man konnte dann im Grunde die Bußleistung, die man bekommen hat, ersetzen durch eine äquivalente Bußleistung, die einem vielleicht eher gelegen hat. Wenn man eben nicht fasten konnte oder es sich schwer getan hat mit dem Fasten, wobei natürlich die Buße ja auch eine Züchtigung sein sollte, dann konnte man aber wählen und man konnte dann zum Beispiel 50 Psalme beten oder singen. Und es war dann auch später so, dass Dritte diese Bußleistungen übernehmen konnten, zumindest in Teilen. Das heißt, man konnte zum Beispiel eine Person fragen, ob diese Person nicht irgendwie auch Psalme mitbetet für einen selbst. Das war also auch möglich. Zunächst war es aber so, dass diese Bußleistungen vom Sünder oder von dem reugen Sünder, der dann auch gebeichtet hat, übernommen werden mussten. Das heißt, der Priester konnte zunächst an dieser Stelle hier nur unterstützend wirken durch sein Gebet. Er konnte also vor Gott beten und um Beistand bitten für denjenigen, der die Bußleistung zu erbringen hat. Was der Priester nicht konnte, zunächst einmal war es, diese Bußleistung hier zu schmälern oder eben gänzlich zu tilgen. Und das ist nämlich der Ablass. Der Ablass ist jetzt eine Tilgung dieser Bußleistung, entweder in Teilen oder in Gänze. Und jetzt nähern wir uns nämlich diesem Ablass an. Dieser Ablass oder der Ablass kommt erst im 11. Jahrhundert etwa auf. Und diese ersten Ablässe stammen von Bischöfen und Päpsten und sie sind mit der Anzahl an Tagen versehen. Und diese ersten Ablässe haben jetzt ganz konkrete Angaben, wie viele Tage der Bußleistungen durch den Ablass erlassen werden. Das heißt, diese Ablässe konnten jetzt hier eingreifen und sie konnten hier an der Bußleistung etwas verändern. Allerdings galt zunächst die sogenannte Causa Proportionalis und das wiederum bedeutet, dass die Ablässe anfangs nie vollkommen waren, also nicht vollständig waren. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel 100 Tage an Bußleistung zu erbringen hatte, dann konnten Ablässe nicht 100 Tage erlasten. Also es wurde immer eine Restbuße noch dargelassen für den Bußenden. Man konnte aber die Menge dieser Bußleistung verringern. Man konnte also teilweise die Bußleistung tilgen. Das war eigentlich das, was die Ablässe zunächst einmal konnten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich dann aber erste vollkommene Ablässe, zum Beispiel im Jahre 1095 und zwar im Zuge des bevorstehenden Kreuzzuges oder eines bevorstehenden Kreuzzuges. Und zwar war es so, dass Papst Urban II. also anlässlich einer Beteiligung am Kreuzzug einen vollkommenen Ablass ausgesprochen hat und zwar für all jene, die an dem Kreuzzug teilnehmen würden. Das heißt, der Papst hat mit seinem vollkommenen Ablass hier die gesamte Bußleistung erlassen und das war etwas, was aber bis eben ans Ende des 11. Jahrhunderts nur ganz ganz selten vorkam. Damit haben wir im Grunde jetzt dieses Thema des ersten Videos abgehandelt. Aber wir sehen vielleicht schon ein kleines Problem. Wir haben nämlich gesehen, dieser Ablass entwickelt sich allmählich und variiert. Zunächst war das erstmal nur etwas, wo teilweise die Bußleistung erlassen worden ist und dann gab es aber auch die Möglichkeit, die ganze Bußleistung zu erlassen. Und die Frage ist doch eigentlich, wie wird das denn theologisch legitimiert oder auf welche theologische Grundlage setzt man das? Wie kann man überhaupt den Ablass theologisch begründen? Das war eine Frage, die noch vollkommen offen war. Es gab keine in sich geschlossene Theorie und deswegen gab es auch teils heftige Kritik am Ablass in dieser Zeit. Und im zweiten Teil dieser Videoreihe wollen wir mal schauen, wie jetzt die Ablasstheorie entstanden ist oder besser gesagt, was dann die Ablasstheorie im Mittelalter ausgesagt hat. Und das also, wie gesagt, schauen wir uns im zweiten Teil dieser Videoreihe an. Und um zum zweiten Teil zu gelangen, schaut einfach unten in die Beschreibung. Da könnt ihr dem Link folgen, ihr könnt aber auch die Infokarte zu diesem Video verwenden.